Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt und wird nicht riskieren, wenn du nur auf die Park Hill auswählst. Du... Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Glock! Wow! Das war cool! Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. HISTORIT